Dieser Versager, dieser Schmarrotzen, ein paar Vanille-Faul-Pilz! Guten Tag, Frau Junge. Herr Speer, wie sind Sie denn noch nach Berlin reinkommen? Einfach war es nicht, aber ich muss noch einmal zum Führer. An Ihrer Stelle würde ich damit lieber warten. Die Jungmacher! Was hat er denn das gemacht?! Allein dafür müsste man ihn an die Wand stellen! Dieser Morphinist hat die Korruption in unserem Staate möglich gemacht! Und jetzt das? Verrat an meiner Person! An meiner Person! Ich will, dass Göring sofort entmachtet wird und alle Mütter aufgibt. Für den Fall, dass ich den Krieg nicht überstehe, ist der Mann auf der Stelle hinzurechten. So! So!